Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 30. Oktober. Guten Morgen im Geek Talk Daily. Janus Wien hier und wir starten in die Woche mit Alphabet, Microsoft, LG, Bitcoin Gold, Netflix, Google, Synology, Facebook, Amazon und Optane. Wir beginnen bei Alphabet und es ist wieder Zeit für die großen Quartalszahlen. Gleich drei davon habe ich heute für euch, also die von drei Firmen. Eben los geht es mit der Google-Mutterquise oder dem Dachkonzern von Google, nämlich Alphabet. Die legen ganz stark zu im Jahresvergleich einen zweistelligen Umsatzzuwachs. Insgesamt konnte man im letzten Quartal 27,7 Milliarden Dollar Umsatz machen. Ja, 24 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch der Gewinn hat deutlich zugelegt. Wir sind bei 6,7 Milliarden Dollar. Ähnlich sieht es bei Microsoft aus, allerdings nicht ganz so stark, was die zweite News wäre. Dort gab es vor allem Zuwächse im Gaming-Bereich. Rund 1,9 Milliarden US-Dollar hat man dort im letzten Jahr umgesetzt. Auch bei den Services geht es ganz stark nach oben. Klar, man setzt sich jetzt sehr stark auf die Service-Technologie. Mit dem Betriebssystem macht man ja kein Geld mehr. Und ja, bei den Services geht es um 21 Prozent nach oben. Ein ganz großer Ausreißer bei den Services ist auch Xbox Live. Dort, das ist ja auch quasi ein Service, aber eben im Bereich von Gaming gab es auch starke Zuwächse. Man wächst um rund 13 Prozent von 47 Millionen auf 53 Millionen. Die Xbox Scorpio kommt ja jetzt dann in den nächsten Tagen raus, Anfang November. Da wird es dann wahrscheinlich noch stärkere Zuwächse geben. Interessant, dass man auch bereits im letzten Quartal da noch so stark punkten konnte. Lager wahrscheinlich ein bisschen am Ausverkauf der Xbox One S. Wir kommen zu LG. Auch die können mit Umsätzen begeistern, unter Anführungsstrichen. Wobei begeistern, naja, ist so eine Sache. Man konnte sich um 8 Prozent steigern auf 2,48 Milliarden US-Dollar Umsatz. Aber man fährt weiterhin Verluste ein. 331 Millionen Dollar Verlust im letzten Quartal leider. Das Gros der Einnahmen kommt von dem neuen Flagship, dem G6, dem Q6 und dem bereits sehr stark beworbenen V30. Ja, nichtsdestotrotz, das schaut nicht wirklich allzu gut aus. Ich meine, mehr Umsätze ist da natürlich sehr nett. Auf der anderen Seite, wenn man ein Geschäft betreibt, will man damit ja auch Gewinn machen. Nur mehr Umsatz ist ja nicht so toll. Die vierte News des heutigen Tages und wir bleiben mehr oder minder im Finanzsektor. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, darum ist es quasi eine kleine Nachlese von Bitcoin. Hat sich die nächste Währung hart geforkt, Bitcoin Gold. Und da gab es zum Start relativ viele Probleme. Kurz nach dem Hard Fork quasi gab es dann auch schon eine DDoS-Attacke auf die Cloud-Infrastruktur. 10 Millionen Anfragen pro Minute haben das Netz überhäuft. Ob das daran schuld ist, dass der Kurs gleich eingebrochen ist oder was anderes, ist fraglich. Auf jeden Fall hat sich der Kurs innerhalb der ersten 24 Stunden quasi halbiert. Eigentlich relativ traurig. Wir sind auf 150 US-Dollar runtergefallen. Eigentlich war der erste Wert sogar irgendwie bei 4 bis 500 Millionen, also 4 bis 500 US-Dollar. Das heißt weit, weit mehr als halbiert. Aber die Währung erholt sich zumindest ein bisschen. Jetzt in den letzten Tagen war es jetzt nicht mehr so schlimm. Die Währung steigt wieder langsam, dass da am Anfang mal ein Einbruch zu erwarten war. Aber klar, die Frage ist es eben, wie es weitergeht und ob der Kursanstieg auch über die nächsten Tage anhält. Wenn ja, erholt sich das Ganze ja zumindest ein bisschen aktuell. Wir kommen zu Netflix. Wir bleiben aber leider beim Thema Geld. Und da gab es ja die News, dass Netflix teurer wird. Premium-Abonnenten werden um 2 Euro teurer. Standard-Abos wird um 1 Euro teurer. Das heißt, man zahlt jetzt 10,99 oder 13,99. Bestandskunden werden jetzt informiert, dass auch ihre Abos teurer werden. Ja, im Endeffekt wird das Ganze jetzt irgendwann im November wahrscheinlich noch über die Bühne gezogen werden. Das heißt, Netflix wird teurer und zieht es auch durch, auch bei Bestandskunden. Wir kommen zu Google und zum Google Pixel 2 XL. Da hatte ich ja letzte Woche auch schon die News, auch eine kleine Nachlese. Da gibt es Probleme bei den Farbdarstellungen bzw. halt einem Burn-In-Effekt in das OLED-Display. Da gab es einen Qualitätsmanager, der sich zu Wort gemeldet hat. Einerseits A, möchte man den Kunden das beste Erlebnis bieten. Die Garantie wird auf zwei Jahre erhöht. Auf der anderen Seite soll es auch ein Update geben. Das soll diese Burn-In-Effekte quasi softwareseitig ein bisschen beheben. Dieses Update soll es unter anderem aber auch möglich machen, dass Farben noch knalliger dargestellt werden. Optional, wenn der Nutzer das denn möchte. Wir kommen zu Synology, ein Hersteller von NAS-Systemen, die, glaube ich, auch sehr weit verbreitet sind. Noch viele unserer Hörer betreiben eines, auch ich. Und da gibt es gleich drei neue Modelle, vor allem ebenso für den Heimeinsatz. Die DS-118, die hat nur ein Bay. Die Diskstation DS-218J, glaube ich, ein recht beliebter Speicher, der, ja, recht günstig daherkommt mit irgendwie 200 Euro. Und die DS-218 Play, die ist dann ein bisschen stärker, also im Sinne stärker wegen Prozessor. Da passen weiterhin zwei Festplatten rein, die Halloween einen stärkeren Prozessor, der 4K-Transkutierung in Echtzeit möglich machen soll und somit quasi ganz gut als Mediencenter daheim geeignet ist, zum Beispiel mit Blacks. Wir kommen zu Facebook und morgen ist ja Halloween. Facebook hat rechtzeitig am Wochenende sein App abgedatet. In der Facebook-Kamera gibt es jetzt quasi, ja, Halloween-Features beziehungsweise Halloween-Filter oder halt die Möglichkeiten, entsprechend Überblendungen über euer Gesicht zu machen. Instagram hat ja letzte Woche schon nachgezogen, jetzt auch Facebook dabei, passend zur Halloween. Halloween, der so eben morgen dann quasi stattfindet. Wir kommen zu Amazon und dort gibt es eine kleine Überraschung für die Besitzer des günstigsten Kindle. Dort wird es bald möglich sein, Audible-Inhalte quasi abzuspielen. Dort braucht man natürlich zwei Kopfhörer beziehungsweise einen verbundenen Bluetooth-Lautsprecher. Nichtsdestotrotz, das kleine Gerät wird in der Lage sein, auch Audible-Inhalte wiederzugeben. Auch der neu vorgestellte Oasis ist in der Lage dazu. Wie es um den Voyage und um den Paperwhite steht, ist fraglich, dort ist es aktuell noch nicht aufgeführt. Wie kommen Benutzer jetzt an das Ganze näher? Das Update gibt es noch nicht, aber eben, es wird mit einem Software-Update ausgerollt werden. Wir kommen ganz zum Abschluss zu Intel und dort zu den sogenannten Optane-SSDs. Die sind ja schon lange ein Thema, wirklich erhältlich waren sie noch nicht, jetzt kommen sie überlangsam auf den Markt. Im Endeffekt eine Variante, wie man schnellere Speicher quasi in den Rechner integrieren kann. Dort setzt man nicht, wie gewohnt, auf NAND-Flash, wie bei normalen SSDs, sondern auf 3D-X-Point-Speichertechnologie. Ja, die ersten deutschen Redaktoren haben da schon quasi Testprodukte bekommen. Die Dinge sind tatsächlich schneller, teilweise auch deutlich schneller als NAND-Flash. Ich habe einen Artikel verlinkt, da könnt ihr euch die reinen nackten Zahlen durchlesen, über IOPS und weiß ich was alles. Unter bestreiche, ja, die Dinge sind schneller, sind einfach wesentlich teurer, muss man dazu sagen. Ich glaube, wir werden das vor allem auch, weil dieser Anschluss relativ schlecht verbreitet ist, nicht allzu bald in der breiten PC-Masse sehen. Da geht es vor allem eher um den Profi-Einsatz beziehungsweise vor allem auch den Einsatz in Richtung Server. Da wird sich das sicher irgendwie verbreiten mit dem U2-Anschluss dann, aber so im normalen Bereich, ja. Mal schauen, bleibt fraglich. Für eine 480-Gigabyte-Variante dieses Speichers zahlt man immerhin 600 US-Dollar. Das ist natürlich schon relativ happig, das Ganze. Das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.